Ich helfe dir in nur 10 Tagen, dein Selbstbewusstsein enorm zu stärken. Mehr Selbstbewusstsein bedeutet auch mehr Lebensqualität und ich weiß genau, wovon ich rede, denn auch ich hatte damals das Problem, dass ich nicht genug Selbstbewusstsein hatte. Hi, mein Name ist Daniel, ich bin seit über 8 Jahren Life Coach und Beziehungsberater und gebe seit Jahren auch spezielle Seminare, um Menschen dabei zu helfen, ihr Selbstbewusstsein in kurzer Zeit enorm zu stärken. Sein Selbstbewusstsein kann man trainieren, so wie man sein Selbstbewusstsein verlieren kann, beispielsweise durch Mobbing oder durch andere Ereignisse im Leben, so kann man auch sein Selbstbewusstsein eben selbst trainieren und eben wieder aufbauen. Und genau dabei möchte ich dir helfen. Das beste Beispiel dafür bin ich selbst. Heute halte ich Seminare vor 1000 Menschen und damals war es so, dass ich in der Schule beispielsweise nicht einmal vor 25 Menschen sprechen konnte, wenn ich drangenommen wurde oder geschweige denn ein Referat halten konnte. Allein schon der Gedanke, dass ich drangenommen werden könnte, wurde mir schon so ein nervöses Gefühl ausgelöst und ich wurde einfach rot und wusste einfach nicht, was ich in dem Augenblick machen sollte. Damals wäre ich am liebsten im Erdboden versunken und wäre so der Situation aus dem Weg gegangen. Doch heute ist es anders. Damals habe ich gedacht, wenn ich älter werde, ja dann kommt dieses Selbstbewusstsein einfach automatisch. Also man wird älter, reifer und bekommt einfach mehr Selbstbewusstsein. Aber glaub mir, das ist nicht der Fall. Es klingelt keiner an deiner Haustür und sagt, hey, hier ist dein Selbstbewusstsein, darf ich reinkommen? Nein, du hast es in der Hand etwas dafür zu tun. Du kannst dein Selbstbewusstsein stärken. So wie wir Menschen beispielsweise Muskeln trainieren, wenn wir ins Fitnessstudio gehen oder unser Gehirn trainieren wollen, wenn wir lernfähiger werden wollen, so kann man sein Selbstbewusstsein eben auch trainieren. Genug Selbstbewusstsein zu haben, bedeutet nicht nur, dass man sich wohler fühlt, sondern man kann dadurch den Traumpartner kennenlernen, man kann mehr Erfolg im Beruf haben und natürlich auch Freunde dazu gewinnen. Kurz gesagt, mit mehr Selbstbewusstsein bekommst du deutlich mehr Lebensqualität. Über 30.000 Menschen konnte ich in den letzten Jahren bereits helfen, ihr Selbstbewusstsein enorm zu stärken, egal ob Online-Coaching-Teilnehmer oder auf meinen Live-Seminaren. Tausende Menschen schrieben mir nach den Seminaren, wie sich ihr Leben verändert hat, wie sie wirklich mehr Lebensqualität bekommen haben, wie sie sich wohler fühlen, einfach offener sind, offener auf Menschen zugehen können und dadurch Freundschaften knüpfen, den Traumpartner finden, Erfolg im Beruf und alles, was eben dazu gehört zum Leben. Frei leben zu können, sich wohl zu fühlen und das ist das, was ein Mensch braucht. Und dadurch wird man eben auch glücklicher. Das Leben wird einfach schöner. Und wenn du jetzt sagst, du hast nicht genug Selbstbewusstsein, wenn du möchtest dich wieder wohlfühlen, du möchtest dich lieben lernen, dich mehr öffnen können, einfach mehr Lebensqualität haben und dich einfach wohlfühlen in jeder Situation, dann kann ich auch dir dabei helfen. Dann möchte ich dir sogar helfen. Denn es ist so, dass ich genau weiß, wie du dich gerade fühlst. Und ich weiß aber auch, wie es sich anfühlt, einfach freier zu sein, sich einfach wohlzufühlen, sich wirklich öffnen zu können und das Leben wirklich leben zu können. Deshalb hast du jetzt die Chance, dich für mein Online-Coaching-Programm anzumelden und ich helfe dir dabei, in nur 10 Tagen dein Selbstbewusstsein enorm zu stärken. Es sind Übungen, Techniken und Gedankensätze, die dich dazu bringen, dass du endlich wieder dich öffnen kannst, deine Schüchternheit überwindest und einfach mehr Selbstbewusstsein bekommst. Wie gesagt, nur du kannst etwas ändern. Nur du kannst dein Selbstbewusstsein selbst trainieren. Ich kann dir die Hilfsmittel geben, aber du musst es umsetzen. Du musst es einfach wollen und durchziehen. Deshalb, wenn du dein Selbstbewusstsein stärken möchtest, dann melde dich jetzt für mein Online-Coaching-Programm an. Du erhältst sofortigen Zugang und kannst dir die Inhalte jederzeit auf deinem Smartphone, auf deinem PC oder Laptop anschauen. Deswegen, klick hier unter diesem Video auf den Button und sicher dir den Zugang zum Online-Coaching-Programm. Ich freue mich, dich gleich oder später im Coaching-Bereich begrüßen zu dürfen und freue mich natürlich, wenn ich auch dir helfen kann, endlich selbstbewusster zu werden und das in nur 10 Tagen. Meld dich, wie gesagt, für das Coaching-Programm an und dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Euer Daniel. Ciao. Euer Daniel. Euer Daniel. Euer Daniel. Euer Daniel. Vielen Dank.